Wenn du studierst, hast du viel Wissen. Aber noch nicht viel an und davon, was in echtem Unternehmen los ist. Werde zum Eintaucher und erlebe dein Praxissemester bei Hans Grohe. Hier kannst du deine Ideen freien Lauf lassen. Strich für Strich nehmen sie Formen an. So wie meine hier. Noch ein paar letzte Feinheiten. Und schon wird das einem kreativen Einfall etwas Handfestes. Oh ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Du bist ein Ideensprudler? Dann bist du hier in deinem Element. Da kann es auch schon mal nass werden. Wir arbeiten hier bei Hans Grohe ja schließlich auch mit Wasser. Okay, so nass auch wieder nicht. Mit Leichtigkeit und Spaß bei der Arbeit entstehen innovative Produkte in einem modernen Workspace. Heute ist mein großer Tag. Also Daumen drücken. Bei Hans Grohe gibt es jede Menge spannende Herausforderungen. Da ist bestimmt auch was für dich dabei. Ich hätte nie gedacht, dass man in einem Praxissemester so viel Vertrauen geschenkt bekommt. Heute gestalte ich mit meiner Thesis vielleicht ja das Bad von morgen. Was gestaltest du? Die Aufgaben bei Hans Grohe sind vor allem eins. Abwechslungsreich. Hier arbeitest du nicht nur vom Büro aus. Und das Beste an allem? Man ist ab dem ersten Moment Teil eines starken Teams. Worauf wartest du also noch? Bring deine Karriere in Schwung. Mit einem Praktikum bei Hans Grohe. Hier bist du in deinem Element. Hier ist schon ein kompletter Mann und unser Projekt. Aber es ist Incre Rain. Vielen Dank.